Nein, ich glaube, das 7-1 spielt vielleicht in Brasilien eine viel größere Rolle als hier bei uns in Deutschland. Für uns war das in Brasilien natürlich ein sehr erfolgreiches, erfreuliches Spiel, aber es war nur ein einziger Schritt, um diesen Titel zu holen. Und wenn ich mal so ein bisschen zurückdenke, dann war dieses Spiel am nächsten Morgen für uns schon irgendwie so ein bisschen abgehakt.